Ich nehme an, Sie wollen den Kollegen aus dem Weg gehen. Ja? Gut. Vielen Dank für die Einladung. Krieger? Meine Dame. Marc? Lekt nach! Was ist das? Die erste Diagnose, ein Gleit. So, jetzt haben wir das heute mal. Ich würde mich jetzt einfach gerne mit Ihnen reden. Mein Operatzwang hat sich verschoben. Hat sich reingesetzt, wenn ich mich nicht mehr in die Pause. Das ist vielleicht mein einziger Fehler. Sie haben eindeutig schon zu viel Zeit mit Doktor Romo verbracht. Ich weiß, dass Sie in die Geschichte haben. Aber unsere Reichie hat eigentlich Zeit. Sie hat sich bemerkt. Ja, und sie macht mir quälen. Was hast du heute? Ganz im Moment, brauche ich mal zwei Uhr. In der Zeit mache ich zwei Uhr. In drei Stunden. In zwei. In fünf Minuten. In drei Stunden. Die Schlemmung ist um eine Stunde. Herr Kaiserheim. Ich bin jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, dass es Vertrauen zu haben. Es ist ein anstrengender Job, das verfriedigt. Extrauerkommisch. Bitte. Sponsor-Kreis? Sie sehen, dass Dr. Watt das nächste Woche seinen ersten Arbeitstag hat. Natürlich. Ich versuche noch, dass ich keine Sorgen nicht schaffe. Gut. Marga, ich glaube, ich habe immer noch Gefühle für dich. Ich glaube, ich auch für dich. Ich vergesse dich. Marga! 5 1 1 2 1 2 Oh